hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu die sims 4 wir haben ja zuletzt hier romantisch über panzer geredet und ich lasse das jetzt mal laufen außerdem müssen wir langsam mal nach hause und was essen wir haben nämlich ganz schön hunger ich scroll jetzt mal ganz raus wo bleibt die lupe da ist die lupe und entkönnen wir nicht gibt es hier nicht ein bibliothek was ist hier drin unter eichhof das sind wohnungen ok ich hatte gehofft was war denn hier eben ach die wunder dass die familie ok ich habe gehofft wir können hier irgendwas essen gehen museum nachtclub sollen wir jetzt ein dbd nachtclub gehen wir gehen jetzt erstmal nach hause minas muss auf jeden fall das kochen noch verbessern mauerblümchenhügel sehr gut so minas du gehst hierhin und machst ein abendessen und zwar fisch tacos und ja sieht noch gut aus dann müssen wir gleich mal auf toilette und sie hat tierisch hunger aber muss auf toilette so verwenden was ist mit ihm denn los kochen und abendessen servieren fisch tacos was macht er denn da eier und toast so was die entsorge ich mal aufräumen wohnen moment das kann sein dipty auch machen aufräumen nein 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 fuck was ist mit der waschbecken los ich hab's doch erst verbessert oh ein finger geschnitten idiot so den müll leeren und dann nimmst du dir hier ein gericht und dann nimmst du dir hier ein gericht mal gucken lassen wir ein bisschen schneller laufen so was ist denn das was läuft denn da cool was ist denn das was ist denn todkrank nein er wird sterben ich muss erst genau untersuchen dann kann ich genau sagen er muss noch fertig essen dann geht er auf toilette was 20 34 schon ins bett ok repariert das ding und dann geht er hoffentlich ins bett dann noch ey 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 nein 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 er räumt noch auf sehr gut so wenn wir das öfters machen dürfen wir wahrscheinlich sehr gut so ab ins bett komm oh nein Moment Pause Minya ist ganz kurz abbrechen weglegen und danach wieder schlafen so soll es vielleicht die klassische bemalen Sender wechseln das ist wahrscheinlich die spielmusik okay was hat sie denn jetzt vor äh 3,47 stopp mal ist die schon wach Energie 100% Energie dann wenn du schon wach bist verwende mal die toilette und haben wir noch was zu frühstücken drin das sind die Fisch-Tacos Eier und Toast in Welt platzieren und dann räumen wir es weg Krab, Sinab, Sinab vergessen abzuziehen sehr gut Popmusik ist schrecklich Klassisch Oh sie räumt auf cool Steht denn dreckiges Geschirr im Kühlschrank wie weit ist er denn hier mit Energie sag mal so oft schon abgespült das müsste doch langsam hinhauen und das ist auch nicht gut pass mal auf junge Frau Hunger sieht ja eigentlich ganz gut aus ähm ne der isst jetzt mal was öffnen wir haben noch früh Rührei fuck in Welt platzieren und dann müsst ihr auch gleich aufstehen und danach klassisches Gemälde kann sie ein bisschen malen das ist ja geil diese simpsische Musik so danach klassisches Gemälde jetzt eigentlich mit deren Hunger wie kriegt dann gleich was wenn Minja es hier mal aufsteht na jetzt verwenden säubern frische Duschen Zähne putzen wie weit ist sie mit erst mal erst bei der Hälfte ok ist ja schon mal putzen gut bei ihr geht der Hunger langsam runter aber egal dann malt es dann noch eins wenn sie fertig ist so so inspirierend hier für das Gemälde wir haben Montag morgen müssen wir schon wieder arbeiten verdammt das Wochenende geht aber so schnell rum namen und Rahmen einen Namen geben Natur und Ansammler verkaufen kann normal so direkt nur ein Popart Gemälde in groß so stopp stopp pause was will der hier essen Fischtacos zum Frühstück ich glaube es brennt abbrechen du kochst was ah Quatsch du frühstückst servieren und zwar leckere Pfannkuchen aufräumen aufräumen nein ich habe es weggemacht ich Idiot das wollte ich nicht ich wollte es weglegen ah ich vergesse es immer so Pfannkuchen fortsetzen so jetzt geht es auch ganz gut aus Popart Gemälde oh ja das sieht was ist das ist das eine Maus im pinken naja sie wird schon wissen was er malt gut dass ich jetzt ein bisschen Musik habe ich habe das die ganze Zeit nicht gerafft und wird es mit den Pfannkuchen was oh was war denn das so kann sie erst mal frühstücken wird das Gemälde ja nicht fertig Lars fängt sie jetzt an zu singen kann sie das später mal weitermalen wow okay alter jetzt essen sie zusammen eins mitten in der Küche im Morgenkostüm warte jetzt soll kalt duschen okay er hat keinen Hunger mehr legen wir das auch weg wie geht es ihr denn eigentlich ganz gut sie nimmt ein ne erstmal macht es das Gemälde fertig so und er redet nur mit ihr er sollte auch mal duschen aufräumen so dann oh aufwischen kalt duschen guck mal was das einbringt 202 haben wir jetzt kann man irgendwas verbessern ne okay ist fertig Moment Pause dann bitte Leinwand Rahmen der Name Eule wir sind heute richtig kreativ am Sammlung verkaufen 202 was gibt es 104 100 haben wir ausgegeben okay wie weit ist es denn mit ihrer ihre Blase geht eigentlich Spaß wir mal noch eins und zwar ein Pop-Art Gemälde groß müssen ja die Fähigkeit erweitern so er ist am duschen und er will etwas lesen danach etwas lesen Stopp abbrechen operieren du bist auch nass Junge und krieg das hin so geht das nach links nein nach rechts und dann nach oben und dann folgen wir tun ein gewöhnliches Tuning-Teil okay kann man das Ding irgendwie tunen was ist mit dir los was ist mit dir los Moment Schmutz und Unordnung ah hier Teile bildern Eckwerfen aufwischen Baden verbessern verbessern Robust Darmaturen machen wir auch noch seitdem sieht das ja alles ganz gut aus können wir den Kühlschrank verbessern Crunch servieren nee brauchen wir nicht können wir auch nicht können wir irgendwas verbessern die Spüler können wir auch noch verbessern das kriegt auch Robust Darmaturen so wie weit sieht es denn bei ihr aus wir haben auf jeden Fall den Tag gut genutzt Tiefchen oder das Wochenende besser gesagt ach was ist denn das schön spielende Kinder ja wunderhübsch sie beliebili wie sieht es bei ihm aus was Minas kann Sanitärobjekte jetzt um Welten verbessern er kann auch sein Beistelltische an der Werkbank bedönst wenn die Sachen parallel können jetzt schnacken mit dem erst plaudern Kunstwerk im Museum betrachten das könnte sie ja mal machen Moment dann machen wir Pause und zoomen wieder ganz raus wo ist die Lupe Play wo ist die Lupe da dann kann sie nochmal ins Museum gehen Museum mit niemand ach komm her es geht mit Charlotte das ist alle Freunde mit Charlotte geht sie ins Kunstmuseum das verbessert eventuell ja auch die künstlerischen Fähigkeiten könnte ich mir so vorstellen städtisches Museum so hier ansehen auch das wird noch angesehen können wir irgendwie zu Minions zurückschalten geht nicht der Hahn die Musikinstrumente etwas Pflanzenspielzeug kaufen jemanden küssen Entschuldigung schicke Indianerfrau wollen sie geküsst werden sieht aus wie Kat Von D oder hier die Tätowiererin mit ihr plaudern wo sind hin und steht ihr euch Wahnsinn und kommt ihr noch irgendwie auf den grünen Zweig auf den grünen Zweig ihr beiden das wird irgendwie nichts okay wir brechen das hier ab vier okay wir machen noch ein bisschen muss ich noch ein paar Gemälde angucken also mit der gehen wir nicht wieder weg da haben wir einfach keine Gemeinsamkeiten jemanden anrufen kommen wir hin plaudern mit mit ihm die Tatsache ist total unfreundlich ich komme wieder nach Hause okay dann Pause raus und wo ist die Lupe also Play Lupe da ja das war ja nicht so erfolgreich die nehmen wir nicht mehr mit die lassen wir einfach da wir gehen einfach so nach Hause ohne sie das bringt ja nichts wir sind nicht auf einer Wellenlänge von daher brauchen wir nicht weiter miteinander plaudern so wird das nichts wir haben ein paar schöne freie Tage verbracht wie ich finde wir waren auf jeden Fall im Museum und wie sieht denn dein Bildschirm aus oh Toilettengang was mit ihm Hunger was haben wir denn hier noch die Fisch-Tacos ne Moment wenn wir die Zeit noch haben dann können wir doch eigentlich Abendessen servieren Bundbarsch aus der Pfanne okay da können wir ein bisschen das Kochen verbessern bin ich mal gespannt und Bundbarsch äh ja der will irgendwie hier einen Cocktail machen jetzt gibt es aber erstmal Abendessen sie will tanzen und will ihnen ein von Herzen ein Kompliment machen ah Level 2 Charisma sehr gut gut geht jetzt mal zusammen essen ihr stellt euch da nicht hin setzt sich doch hin schreckliche Musik ah ok sie raffen das ah sie essen gemeinsam ja wir kriegen es hin sehe ich genauso auf jeden Fall sehr gut sie unterhalten sich über Staubsauger das ist schon mal ein angeregtes Thema ich mache an dieser Stelle eine Pause denn wir sind am Ende einer Folge von Die Sims 4 jetzt essen sie endlich zusammen langsam komme ich in das Spiel rein die Bedürfnisse zu erfüllen ich habe es gerafft wie die Musik angeht das ist schon mal sehr viel wert ich würde sagen wir sehen uns übermorgen wieder zu einer weiteren Folge Die Sims wenn ihr Lust drauf habt schreibt mal die Kommentare eure Tipps und Anregungen würde mich interessieren was ihr für Erfahrungen in Die Sims gemacht habt und ich freue mich auf die nächste Folge macht es gut bis dahin bis übermorgen Ciao Ciao